Freunde, kannst du mal empfehlen? Kannst du wie du meine Freunde? Der Rapper Cardi wird vor laufender Kamera angegriffen von irgendwelchen Mann, weil er mit seiner Schwester geschlafen hat. Verdammt, was geht bei euch in der USA ab, Mann? Mord? Inzest? Was ist denn da los, Mann? Gibt es da gar keine Gesetze oder was, die sowas verbieten? Verdammt, noch mal, Familie ist Familie, aber kann die Sache auch übertreiben, Cardi? Wie gesagt, Geschwisterliebe hat doch seine Grenzen, verdammt noch, was ist denn los bei dir? Wie kommt man auf sowas? Man hat doch eine gewisse Erziehung genossen, meine Freunde, ich will ja echt nichts sagen, aber jeder von uns hat eine Erziehung genossen, der weiß, dass sowas sowas geht nicht, Cardi-Rapper, hm? Du kriegst doch auch so Frauen ab, da musst du doch nicht die Schwester sein, mein Gott, warum? Erklär mir das, warum machst du sowas? Dass ich twickerst die Leute und werden die Agro auf dich, okay, Gewalt ist keine Lösung, aber was du gemacht hast, ist echt Grenzwertig, verstehst du? Dann gibst du vielleicht noch den einen oder anderen, der dir vielleicht dann dein Fassbett polieren will, verstehst du, was ich meine? Auch wenn der Boss es nicht befürwortet, aber irgendwo gibt es auch Grenzen, meine Freunde, okay, meine Freunde, es ist sowas wie die von Nullern, Boss, abonniert, like, nicht, vergesst du meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und dann